Kombo sind mehrere Aktionen, die ohne Unterbrechung hintereinander ausgeführt werden. Normale Angriffe haben eine feste Limit, während Arz fortgeführt werden können, bis keine AL mehr üblich ist. Normale Angriffe werden auf dem Boden und in der Luft separat gezählt. Wirkt man dazwischen eine Art, kann die Kombo somit verlängert werden. Ja, das vergesse ich eh innerhalb von zwei Minuten. Geringere Ergebnisse in Kombos. Setz sich das gleiche Art innerhalb von vier Aktionen mehrfach ein, sinkt dessen Durchdringung. Ach du Scheiße, Gegner holen sich davon schneller. Setz es weiter ein, steigt der Malus an, bis das Art nur noch halb so stark ist wie sonst. So lange ist der, ja, das ist sehr, ähm, ja. Autschi. Hallo, stehst du mal wieder aus? Du kleiner Fragel. Alter, die Tastenbelegung ist aber eigentlich auch scheiße, ne? Da ausweichen mit Umschalt. Scheiße. Warum haben sie den Controller nicht gefixt, ey? Mann. Weißt du, sie haben das Ding schon durchgepatcht eben? Ihr hattet der ein Update nach dem anderen. Aber den Controller haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, ne? Naja, vielleicht zum nächsten Mal. Vielleicht gibt's ein bisschen mehr Spiderschule, ne? Ein Petsch. Ein Update. Ey, wär schön. Wie gesagt, ich kann nur im Menü benutzen. Den Rest kann ich leider grad nicht. Nur im Menü bricht ich nicht weiter. Leider. Also. Woher? Du bist ja. Ich kennst dich nicht so. Ich weiß nicht. Du hast dieses Hund gesehen ist. Ich habe nichts Arbeit gemacht. Ich habe darüber gedacht, dass ich etwas wissen. Ich weiß nicht. Du hast mich auch nicht. Nein, das ist ja. Ich bin aber, dass du so auch helfen hast, das ist nur nur mein Josefz soll. Aber ich habe noch so schlecht erlebt, dass du doch nicht an das Problem halten. Das war's für mich. Okay. Ähm. Konnte noch mal das... Ah, okay. Arzt, Arztmenü. Du kannst, erlernt der Arzt, den verschiedenen Tasten zuweisen. Du kannst drei Arzt zum Einsatz auf dem Boden, sowie drei weitere Arzt zum Einsatz in der Luft wählen. Insgesamt lassen sich also sechs Arzt ausrüsten. Drücke R oder T, um deinen verfügbaren Arzt einzudänen. Charaktere im Otto-Modus können alle ihre Arzt einsetzen. Du kannst aber mit F-Arzt abwählen, die sie vermeiden sollen. In diesem Menü lassen sie sich außerdem Heilungsarzt wirken. Ja, das ist schon mal gut. Gut. Luftangriff habe ich nur zurückbildet. Okay. Vielleicht muss ich mir sie aber trotz, dass ich hier gewidt habe, den Laufenspiel freischalten? Wahrscheinlich. Ich schaue es mal von aus. Gott, ist das nah dran. Das ist ungefähr. Hallo. 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 Oh. 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 Ich glaub, der hatte so einen schlechten Tag. Oh. 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 Oh, no. Der Kuss ist... Wie ist das? Das ist... Der Kuss hat sich in der Kuss gelegt. Das ist gut. Wenn ich mich nicht verletze, dann kann ich mich nicht verletzen. Das ist ein Schuss! Was ist das? Ich kann aus einem Pfeil plötzlich ein Schwert werden. Okay. Los, an der Hände brennen. Danke. Was ist das? 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 Das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, nicht unsere Luna Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das nützt mir die halbe kontrolle kontrolle bringt mich auch nicht weiter ich bin gleich tot okay ich wollte gerade sagen kuse heil mich aber so geht es natürlich auch ich nehme keine almosen auch komm schon ich bin es hier doch an da wird aber was gewaltig nicht mit meinen augen stimmen dazu sage ich jetzt mal nicht kaya dazu sage ich mal einfach nicht von der welt könnte man auch für uns auf ja stimmt das hat ja auch so ein zettel Teilweise. Oh, das ist schon wie am Schleim. LOL! Ich bin doch... Ähm, wie komm ich ins... Ah, okay, sie belebt mich schon wieder. Das ist ja nett. LOL! Warum ist der... Ich weiß nicht, ich will gerade weg. Ich will gerade weg. Oh Gott. Ist er nett? Ich bin zu ewig wieder. Das war ja peinlich. Was für ein peinlicher Auftritt. Achso, eh klettern, eh klettern, eh, eh, zack. Oh, jaja. Ja, was haben wir denn? Ja, ihr Kleinklückerchen. Äh, Jankchen, okay. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Angst des Lebens. Okay, wo kann ich das wiederbeleben damit? Bush ist ein Klettern, eh. Ich dachte, Voska, eh. Das auch, das auch. Aber es ist klar, dass du mir wieder nur an Zippen denkst. Wunderschöne! Ich bin zufrieden. Es ist ein Geist. Ich bin zufrieden. Das ist ein Geist. Ich bin zufrieden. Du hast auch die Freiheit. Du solst die Liebe gehört. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Überraschtend. Ich bin zufrieden. Wenn du nie in Schwachst ... Ich bin zufrieden. Selten, wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Na gut, wir rasten noch. Nein, eine Prochetta. Ja, das stimmt. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast, dass wir, dass wir, was für uns, was für uns? Was hast du? Wenn du so sagen, dass wir, was für uns zu finden, was für uns zu finden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 So, nur für Kajos gibt es jetzt die Katzenohren. Ja, es sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Oh, da glitzert es ganz viel. Ich brauche es. Ich will das Glitzerzeug. Weizen! Ganz viel Weizen. Oh, da kann ich runter. Ja. Oh, da glitzert es noch mehr. Runter, 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 runter. Los, Eisenmaske, runter. Ich brauche das Glitzerkram. Ich brauche das Glitzerkram. Komischer Weizen. Ja, ne? Ich glaube, ich erinnere mich an den Vorlesen. So ein bisschen. Tim, du hast recht. So ein bisschen Borderlands-Optik ist es. Aber ich finde es gar nicht schlecht, ne? Muss ich sagen. Oh, Karpfen. Karpfen? Was haben wir hier? Salbei. Salbei habe ich irgendwie auch an der Sinn der Erinnerung. Aber okay, gut. Mit dem Muppe drauf. Mach das. Mach das. Verlauft euch nicht. Ich werde auf jeden Fall gleich einmal ganz kurz aufs Flöchen gehen. Und mir nochmal was zu trinken holen. Mein, mein Hochzecko ist vielleicht leer. Mit dem Hund, Mappa. Mit dem Hund. Mit dem Kleinen Muppet. Mit den Wauzis. Oder Köter. Ja, mit dem Köter geht es natürlich auch. Oder in Kajas Fall mit der Fußhupe. Oder in Kajas Fall. Mh, Kaya mit dem Goldtempster. Gott, ich sterbe ja hier direkt. Loll, wie süß bin ich denn da rübergesprungen? Loll, ich kann auch mit der rechten Maustaste ausweichen. Warum sagt mir das keiner? Und ich versuche hier die ganze Zeit, Wuffy... Oh, okay. Und ich versuche hier die ganze Zeit, Untertitelung des ZDF für funk, 2017